Das Spitzenspiel Lichel-Bände schlägt auf bei Lixendor. Deshalb werden wir die Kamera dann auch ab dem zweiten Satz auf die linke Seite stellen, damit man ihn wirklich sieht. Was die Jungs da machen, Kasiba schlägt auf. 9-9. Gut in the town, zur richtigen Zeit. Ja! Go! Go! Bei Lixend! Bei Lixend! Bei Lixend! Bei Lixend! Bei Lixend! Bei Lixend! Ordenshaft Ball für den Japaner. Unter rekord hier für Drixend. Ja, und dann mal die Variante mit dem sehr, sehr hoch, den Auschlag habe ich jetzt heute noch nicht von ihm gesehen, aber ich sehe auch nicht alles, weil ich mit zwei Kameras im Drehs bin. Die macht er aus, weil wir einen neuen Standort brauchen. Auf dem nächsten Clip geht es weiter. Suchwort Reinhard Sternbriche YouTube, F. Feldrich gegen Wohlbach, Kaschiva gegen Benesch mit Essen.